...zu durchbrechen, dass sie auseinander geht. Die Einschätzung eben gerade von Richard Perl, da haben Sie heftig mit dem Kopf geschüttelt, Herr Möllemann. Vor allen Dingen, als es um seine Einschätzung des Kampfes gegen die Palästinenser eben gerade ging. Ich meine, er hat ja gesagt, er sei weit weg und das Gefühl hatte ich, dass er auch mental weit weg war von dem, was sich dort abspielt. Ich sehe, als einer der fünf Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die nach dem Abkommen von Oslo den damaligen Premier Rabin, seinen Außenminister und Präsident Arafat für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen haben, weil wir dachten, das ist das Zeichen der Hoffnung, in der Gestalt und im Agieren des jetzigen Premierministers Sharon seit seinem Besuch auf dem Tempelberg und seit allem, was er zwischendurch gemacht hat, den eigentlichen Grund dafür, dass wir zu einer unglaublichen Radikalisierung dort kommen. Der Mann trampelt auf dem Lebenswerk von Rabin mit den Füßen herum. Er verhöhnt die Staatengemeinschaft. Er bricht das Völkerrecht. Er verletzt die simpelsten Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts. Und er ist eine Tag für Tag sich selbst präsentierende Provokation für den Friedensprozess gewesen. Ich behaupte, er wollte diesen Frieden ein gleichberechtigtes Palästina neben Israel eben nie. Und jetzt stehen wir vor einem Desaster. Deswegen, die Vereinten Nationen machen sich zu, der Sicherheitsrat macht sich zu einer Witzfigur. Wenn er innerhalb von wenigen Wochen mehrfach Entschließungen fasst, die sagen, er muss sich verhalten nach den Regeln des Völkerrechts, er muss sich verhalten nach den Regeln der Beschlüsse der Vereinten Nationen, er lehnt das ab. Und dann tut man nichts. Rabin hat gezeigt, wie man Frieden macht. Die drei haben den Friedensnobelpreis zurechtbekommen. Dass das nur ein Zwischenschritt war, war klar. Gut, Herr Möllemann, aber wenn Sie natürlich sagen, auf der einen Seite die Kritik an Sharon üben, auf der anderen Seite aber ein ganz großes, oder nicht auf der anderen, sondern auf der selben Seite, ein großes Verständnis für die Palästinenser aufbringen und aufgebracht haben, in sehr heftigen Äußerungen. Wo Sie sagen, Sie können diejenigen verstehen, die sich versuchen zu erwehren, auch im Land des Aggressors. Ist das die richtige Sprache? Liebe Frau Christiansen, wer anderer Leute Länder besetzt, muss wissen, dass die sich wehren. Es stehen nicht palästinensische Panzer in Tel Aviv und Jerusalem, es stehen israelische in Palästina. Und Palästina wird seine Zukunft verwehrt. Ich bin strikt gegen alle Attentate auf Zivilisten. Es gibt ein Recht, das sagt, die Zivilbevölkerung muss geschont werden, auch in militärischen Konflikten. Aber ich rede nicht über die Ursache hinweg. Und die Ursache ist der Bruch des Gedankens von Oslo durch Sharon von Anfang an. Und man kann darum auch nicht herumreden. Europa hat lange genug zugesehen, hat den Mann machen lassen. Jetzt kann er fast gar nicht mehr zurück. Wir müssen ihn zurückholen. Die Vereinten Nationen müssen ihn zwingen, zu den Prinzipien des Völkerrechts zurückzukehren. Sonst gibt es im Nahen Osten einen Desaster und dann hängen wir mit drin. Der deutsche Bundeskanzler fantasiert im Moment über die Entsendung deutscher Truppen dorthin. Das ist ja furchtbar. Aber nehmen wir mal an, Colin Powell kommt jetzt nach Hause. Es hat nicht geklappt mit dem Vermittlungsversuch. Was droht uns als nächstes? Also ich finde es bemerkenswert, wenn gesagt wird, Yasser Arafat solle doch bitte das und das und das tun. Das haben wir nicht gesagt. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Das wird hier mehr von mir gesagt. Wir versuchen hier doch jetzt mal die letzten Minuten dafür zu nutzen, zu sagen, was könnte wirklich dann jetzt noch in der Schublade sein, die man vorziehen kann. Wenn man ihm seine ganze zivile Infrastruktur, seine ganze Polizei, alles zerschlägt, wie will der Mann denn überhaupt noch was machen? Man sperrt ihn ein, man demütigt ihn, behandelt ihn wie einen Idioten, man darf nicht mal Kontakt haben. So geht man mit einem Präsidenten nicht um, wenn man mit ihm anschließend Frieden machen will. So kann man doch nicht vorgehen. Das ist doch kein Standard. Aber ich bin der Meinung, die Staatengemeinschaft, die sechs von denen Herr Klose sprach, stimme ihm ausdrücklich zu, müssten in der Tat sagen, wir setzen das gesamte Sanktionsinstrumentarium, das verfügbar ist, dem gegenüber allen, der sich weigert, jetzt unmittelbar Friedensverhandlungen aufzunehmen. Auch die beiden Herren, beide, Arafat und Sharon, müssen an den Tisch und müssen darüber verhandeln. Dabei erwarte ich vorher die Erklärung von Yasser Arafat, Israels Intrigität wird von mir respektiert und dafür kämpfe ich, aber auch von Sharon, ich will Palästina und dafür kämpfe ich, und dass dann, wer das nicht will, mit allen Sanktionen rechnen muss. Ich stimme Rudolf Scharping in diesem Fall mal zu. Ich bin ja froh, dass er überhaupt was gesagt hat. Nämlich, dass so lange wie Israel sich weigert, die UN-Resolutionen umzusetzen, das ist doch ein wirklich drastischer Akt der Provokation. Die Staatengemeinschaft beschließt, beschließt, beschließt in den letzten Tagen und Israel sagt, wir machen nichts, wir weisen das zurück. Let's do the job to the end, sagen die. Das ist ja unbeschreiblich. Natürlich dürfen wir bis dahin keine Waffen liefern. Wir liefern Waffen, mit denen die Flüchtlinge in Genien niedergemacht werden. Es sind hunderte von Toten. Heute hat das oberste israelische Gericht gesagt, wir verweigern das Verscharren dieser Leichname. Wir leben nicht in einer Welt, in der man in gepflegten Diskussionen mal eben so tun kann, als spielte sich doch nicht was Dramatisches an. Nein, deshalb war ja gerade die Frage, was machen wir wirklich praktisch, dann, wenn Paul wieder abzunehmen. Den sechster Vorschlag und den mit Sanktionen bewerben. Du bist dahin, bist der zustande.